Heyo Leute, seien es wieder am Start und heute spielen wir das Game. Okay, wir können hier den Modus auswählen. Ich würde sagen, wir nehmen Hard. Also wir gehen jetzt gleich rein und müssen durch diesen Dungeon durch. Okay, passiert da noch was? Oh ja. Okay, Alter, was ist er denn? Okay. Oh, hier haben wir einen Melee-Attack. Oh, ich kann ihn boxen. Alter, wie geil. Ah, okay, ich spring mit W und ich kann so ein bisschen... Oh, scheiße. Ah, das ist Feuer. Stellt da durch gerade irgendwas von Coins? Coins? Health or a Trap? Ah. Kommt jetzt nochmal Feuer raus? Ah, Junge. Okay, while running, press to roll. Oh mein Gott, ich bin da fast reingefallen. Okay, das ist schon das Level dann. Hier hoch. Münze. Okay, das ist wahrscheinlich wieder so eine Falle dann, oder? Oh mein Gott. Ja, jetzt wissen wir, dass wir das nicht aufmachen sollten. Okay. Oh, der Pilz der Hände sieht nice aus. Oh, was? Ein Trampolin? Oh mein Gott. Hä, das ist ja übel nice. Alter, ich laufe hier durch wie ein junger Gott, alter. Nice. Okay, hier hoch. Zack. Alter, ich speedrunner hier richtig durch. Oh, da ist unser erster Gegner. Und zack. Nein, muss schießen. Okay, nice. Oh, was ist das denn? Okay, das ist cool. Das ist übel cool. Hä? Okay, bis jetzt. Das ist eigentlich ganz einfach dafür, dass wir am Anfang hart genommen haben. Oh, okay. Das ist schwerer. Okay, die Dinger fallen runter, wenn ich einmal drauf bin. Und da sind drei Stück hintereinander. Also dreimal so zwei. Ja, okay. Okay, da muss ich schnell sein. Zack, zack. Und zack. Okay, das hat geklappt. Hier die Kiste mitnehmen. Bitte keine Trap. Oh, wichtig. Okay. Können wir den boxen? Oh, alter. Okay, ich glaube, ich schneide mich ein bisschen. Ah, haha. Ich wusste es. Also klar, ey. Level 7. Alter, wir sind... Oh, nein. Aua. Okay. Er war ein Herz. Das ist jetzt eher weniger geil. Muss ich hier hin, oder? Oh, alter. Zack. Dann hier hoch. Oh, mein Gott. Okay, das ist schwer. Oh. Oh, alter. Ey. Ey, ich brauche jetzt... Ich brauche wirklich ein Herz. Irgendwo her. Oh, das ist mies. Was soll ich denn jetzt machen? Kann ich da einfach schnell laufen? Oh, okay. Das war gut. Das war sehr, sehr gut. Okay, ich glaube, ich mache... Also hier. Zack, zack. Okay, zack. Und zack. Oh, die kriege ich aber. Oh, ho, ho, let's go. Okay. Und zack. Level 9. Ich frage mich, ob es hier auch so Bosse gibt oder so. Das wäre schon echt geil. Ich habe Bock auf so einen Boss. Was mir gerade auffällt, ist einfach, dass meine Haare sich übel nice bewegen. Wenn der Dude hat einfach dieselben Haare wie ich. Okay, hier hoch. Oh. Hier hoch. Zack, zack. Einmal zack. Zack. Ja, das geht auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall Profi, by the way. Oh, hier. Plus 1 Chest. Okay, die Chest können wir dann wahrscheinlich aufmachen. Und ich glaube, es sind 20 Level, die es hier gibt. Au. Au, 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 au. Okay. Das ist jetzt nicht so geil. Ey. Ey. Dann hier so. Dann hier hoch. Und hier. Okay. Aber manchmal ist es einfach Ruhe angesagt. So. Okay, jetzt haben wir drei Herzen wieder. Kann ich im Sprung schießen? Das wäre schon... Ah, es geht. Komm, einen noch. Hallo. Hallo. Okay, nice. Oh. Oh, nein, nein, nein. Ich will hier raus. Ah, da unten ist... Okay, da komme ich nicht so schnell wieder raus aus dem Feuer. Also auf gar keinen Fall da reinfallen. Okay, das hätten wir geschafft. Okay, Level 12. Zack. Ey. 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 Oh, mein Gott. Hallo. Okay, diese Stacheln sind sehr, sehr mies. Ah, Gott. Okay. Okay, nice. Jetzt bitte keine Falle. Bitte. Bitte. Alles aber keine Falle. Oh, nice. Ein Herz. Keine Falle. Oh, ein Herz. Alter, habe ich Glück. Okay, den kennen wir richtig. Nice. Ah, chillig. Okay, gut, dass er keinen Schaden bekommt. Ah, nein. Nachkampf. Hallo, hallo. Oh, Gott. Scheiße, warum ist das Level so schwer? Der fällt runter. Das ist gut. Jetzt gehen wir rüber. Okay. Ähm. Okay, ein Slime. Digga, was? Okay, ne, ich gehe weg. Also, das gebe ich mir nicht. So, hier hoch. Okay, der Sprung ist actually schwer. Okay, jetzt. Nein, 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 nein. Boah. Okay, vorsichtig. Also, das ist richtig. Nein, nein, nicht schon wieder eine Fledermaus. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Warum ist eine Falle drin? Da hängt wieder eine Fledermaus. Kann ich die... Treffe ich die irgendwie? Oh, nice. Oh, das war wichtig. Okay, den Coin nehme ich mir mit. Oh, da oben ist ein Herz. Okay, das Herz hole ich mir. Ah, nein, nein, nein. Ah, ah. Zack, die Menze gehört mir. Okay, gehe ich jetzt nach rechts oder nach oben? Ich würde sagen, ich gehe nach oben und hole mir das Herz. Auch wenn der Typ da ganz schön gefährlich aussieht. Ah, jetzt muss ich rüber. Nice, wichtig. Okay, was gibt es da oben? Treasure Room. Oida, nice. Ui, ui. Okay, Level 14. Oh, nee, bitte sag mir nicht. Ist so ein Ding, wo ich am Ende schauen muss, ob ich richtig rauskomme. Okay, ich glaube, es ist nämlich so eins. Das wären dann nicht diese ganzen Gänge. Geht das? Oh, mein Gott. Okay. Zack, der ist auch weg. Okay, das haben wir auch. Ah, okay, cool. Dann halt nicht. Gibt es einen einfacheren Weg? Weil das ist schon... Der ist gerade schon echt unschillig. Ich gehe mal wieder oben lang. Zack. Dann hier hoch. Zack. Ja, oben lang ist echt... Bis jetzt bin ich da am weitesten. Öh, also oben lang ist echt... Oben lang taugt viel mehr. Zack. Dann hier noch hin. Öh. Okay, oben war ja mal absolut einfach. Ja gut, passt. Ah, aua, aua. Okay, nice. Okay, nice. Leben. Zack. Fleder Maus getötet. Let's go. Kann ich den Sprung schaffen? Oh mein Gott, war das knapp. Ja. Ich glaube, ich lasse das Herz mal da, falls ich irgendwie gleich was verliere. Kann ich jetzt zurückkommen, theoretisch. Aber es sieht gut aus. Machen wir... Ah, okay, 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 okay. Und wie soll ich das jetzt schaffen? Hä? Wie soll ich da hochkommen? Vielleicht hier irgendwie so... Nee, irgendwie nicht. Hä, wie komme ich denn da hoch? Kann ich irgendwie ein Doppel... Oh, was soll das denn? Okay, keine Ahnung, wie ich gerade da hochgekommen bin, aber... Ja. Okay, passt Level 17. Wir haben es gleich geschafft. Okay, das macht wenig Sinn irgendwie. Ich... Hä? Da verliere ich doch safe ein Leben, oder nicht? Oh, okay. Das tue ich nicht. Oh, perfect timing. Let's go. Zack und zack. Ah, es läuft irgendwie gerade besser. Aua, als gedacht. Zack. Okay, ich glaube, ich habe es geschafft. Level 18. Nice. Okay, da unten ist wieder Feuer. Das ist eher weniger nice. Ah, haha, haha, ganz ruhig. Hallo? Okay, ich habe ein Herz noch. Das ist nicht gut. Kann ich den killen? Ja, safe. Oh my God. Boxen. Okay, sehr gut. Boxen hat geklappt. Okay, wichtig. Okay, wir haben es gleich geschafft. Oh, Level 19. Oh, Level 19 sieht nice aus. Oh, bitte kommt gleich so ein nicer Boss. Das ist ja so geil. So, zack. Jetzt hier rein sliden. So. Und so. Okay. Oh, 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 oh. Okay. Ich glaube, ich bin richtig. Oh, scheiße. Ich habe noch ein Herz. Ah, nein, nein, nein. Okay, das ist tatsächlich das Erste, wo ich sage, das ist wirklich schwer. Vor allem da im zweiten Part gleich. Oh, nee, ey. So. Der Part ist sehr, sehr schwer. Der hier. Oh mein Gott, ist der Jump schwer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, es ist wieder Zeit, dass ich brenne. Okay, okay, okay. Okay, hier muss ich teilweise schnell sein, aber nicht zu schnell. Ich habe, okay, jetzt, das ist nicht gut. Ah. Genau, jetzt muss ich hier hin. Dann hier hin. Und, oh mein Gott. Also, wenn jetzt auch noch gleich ein Boss in so einem Umfeld kommt, dann bin ich ja komplett im Arsch. So, konzentrieren. Und hier. Ah, gut, dann habe ich halt ein Leben verloren. Das ist in Ordnung. Okay, jetzt bin ich wieder so weit. Das ist gut. Okay, das ist sehr, sehr gut. Jetzt schnell das Herz da oben nehmen. Oh, wichtig. Okay, ich habe wieder zwei Herzen. Das ist sehr wichtig. Okay, nicht verkacken. Ah, ha, 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 ha. Okay, so. Oh mein Gott. Egal. Einmal konnten wir ins Feuer gehen. Oh. Okay, ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Okay, ich habe zwei Herzen. Okay, jetzt muss ich nur warten. Ja. Spring. Oh mein Gott. Ich habe jetzt drei Herzen. Okay, das hatte ich noch nie hier hinten. Jetzt, äh, genau hier hin. Und, oh mein Gott. Egal. Alles gut. Wir haben drei Herzen. Das ist okay. Ich darf ja auch mal Herz verlieren. Das ist ja nicht schlimm. So, jetzt machen wir wieder einen ruhigen. Zack. Jetzt wieder einen ruhigen. Okay. Das ist nicht so schwer. Ja. Ey, wer hat sich das ausgedacht? Aber da ist... Ich sehe das Ziel. Oh mein Gott. Ich sehe das Ziel. Okay. Ey, ich habe es gleich geschafft. Äh, ja. Nein. Was? Nice, nice, nice. Ich habe es, ich habe es gleich. Ich habe es gleich wieder. Ich habe es geschafft. Oh, Level 20. Ich glaube, das ist das letzte Level. Oh, bitte kommt jetzt gleich irgendein Boss oder so. Oh ja, Mann. Oh ja, Mann. Let's go. Boss Musik. Activated. Let's go. Jetzt kommt der Boss. Alter, der hat viel Abwehr. Ah, okay. Den kriegen wir jetzt easy. Easy. Aus der One-Hit-Mix jetzt. Okay, gut. Das war der Boss? Oh, da kommen wir jetzt einfach gleich noch ein fetterer Schleim. Na, ich meine... Ich habe nichts dagegen. Okay, nice. Ich denke... Oh mein Gott. Oh, was? Was ist das denn? Okay. Ich dachte, das war es. Ich dachte, das ist jetzt ein Boss und das war das Level so. Aber okay. Und zack. Und zack. Okay, ich glaube, ich habe es jetzt geschafft. Ja, ich bin durch. Oh, Chapter completed. 44 Tode. Ja, ist okay. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst ein Abo da. Und damit bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Wo sind die Chests? Oh, was? Ich habe 10 Chests? Holy shit.